Plant die Bundesregierung wirklich die Abschaffung der Rente mit 63? Peter Knöppels kritischer Blick auf den RTL News Video und Online Beitrag vom 23. Februar 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Internet zu lesen und als Videobeitrag von RTL News am 23. Februar 2023 veröffentlicht mit der Überschrift Bundesregierung plant Rentenreform droht der Rente mit 63 das Aus? In dem Video mit einer Länge von gut zwei Minuten werden verschiedene Menschen zum Thema Rente mit 63 befragt, unter anderem ein Handwerksmeister und Menschen auf der Straße und ein sogenannter Rentenexperte. Daneben auch eine Videoeinblendung des Bundesministers für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, der offenbar im Ausland um Fachkräfte für Deutschland wirbt und sich klar gegen eine Verlängerung der Regelaltersgrenze von 67 auf noch später positioniert. In dem Video von RTL News behauptet dann der Rentenexperte, dass die Rente mit 63, er meint die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte von den mehr oder weniger nur von den gut bezahlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Angestellten in Deutschland in Anspruch genommen wird und die eigentliche Zielgruppe, die geringverdienenden Menschen länger arbeiten, bevor sie in Rente gehen, Statistiken und Zahlen der Deutschen Rentenversicherung belegen wohl diese Tatsachenbehauptung. Ob das so ist, kann ich nicht nachvollziehen, das weiß ich nicht. Arbeitgebern ist die Rente mit 63 ja generell ein Dorn im Auge, zumindest seit dem 01.07.2014 trommeln die Herrschaften da fürchterlich gegen diese Rente und zwar, weil viel Know-how für immer verloren geht, wenn gut ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die wohlverdiente Rente Ruhestand gehen. Ja, schön und gut, meine Damen und Herren. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist aktuell geltende Rechtslage. Da können wir nichts machen. Es ist einfach so. Sie wird ab den Geburtsjahrgängen 1964 erstmals wieder nur noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres in Anspruch genommen werden können. Ja, was regen sich da eigentlich die Arbeitgeber auf? Verstehe ich überhaupt nicht. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der aktuellen Fassung der Rechtslage zum 01.07.2014, und das habe ich ja nun schon in vielen Videobeiträgen gesagt, schafft sich ja de facto von selbst ab. Wir haben eine Übergangsphase, die gesetzlich geregelt ist und diese Übergangsphase endet mit dem Geburtsjahrgang 31.12.1963. Dann wird die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nur noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres und 45 Jahre Wartezeit in Anspruch zu nehmen sein. Ja, was ist denn eigentlich nun die Antwort auf die Frage, welche Rentenreform plante nun die Bundesregierung und wird die Rente mit 63 wirklich abgeschafft? Auf diese Antwort, meine lieben Damen und Herren, können Sie lange warten. Die gibt es in diesem Video von RTL News und in dem nachfolgenden Textbeitrag einfach nicht. Da wird einfach eine Behauptung aufgestellt, aber es gibt darauf gar keine Antwort, meine Damen und Herren. Die Antwort bleibt sozusagen im Nebel, im Raum stehen. RTL News facht nur eine alte Diskussion um den Sinn oder Unsinn der Rente mit 63 an. Was genau die Bundesregierung hier plant, ob sie überhaupt was plant, das lässt RTL News völlig offen. RTL lässt uns also mit der entscheidenden Antwort auf die Frage, ob die Rente mit 63 abgeschafft wird, völlig im Regen stehen. Menschen, die gerne später früher in Rente gehen wollen, werden durch solche Informationen mehr verunsichert und haben Angst um ihre wohl erworbenen Rentenansprüche. Eines ist aktuell am 25.02.2023 für mich zumindest klar, meine Damen und Herren. Es gibt keinerlei Bestrebungen, zumindest nicht für mich erkennbar, der Bundesregierung an der aktuellen Fassung der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, im Volksmund Rente mit 63 genannt, irgendetwas zu verändern. Eines zeigt das Video von RTL News deutlich. Die Menschen, die dort befragt worden sind, wollen nicht länger arbeiten und lassen sich nicht ihre Rente mit 63 wegnehmen. Ich sage gut so. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel »Gerde«